Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 152. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir lesen dürfen, dass das Heiligtum im Zentrum des Volkes Israel gewesen ist. Herr, wir möchten dich bitten, dass durch deinen Geist die Heiligtumsbotschaft auch im Zentrum unseres Denkens und Handelns ist, sowohl persönlich als auch in unserer ganzen Gemeinde, die wir uns vorbereiten auf deine baldige Wiederkunft, Herr Jesus. Bitte sprich auch jetzt durch deinen Heiligen Geist zu uns. Das bitten wir in deinem Namen. Amen. Wir sind in 4. Mose, Kapitel 2, bei der Beschreibung der Aufbruchsordnung Israels. In Vers 33 lesen wir, aber die Leviten wurden nicht unter den Kindern Israels gemustert, so wie der Herr es Mose geboten hatte. Und die Kinder Israels handelten nach allem, was der Herr Mose geboten hatte. So lagerten sie sich nach ihren Abteilungen und so brachen sie auf, jeder nach seinem Geschlecht bei seinem Vaterhaus. Dies aber ist das Geschlecht Aarons und Moses zu der Zeit, als der Herr mit Mose auf dem Berg Sinai redete. Und dies sind die Namen der Söhne Aarons, der erstgeborene Nadab. Danach Abihu, Eleazar und Itamar. Das sind die Namen der Söhne Aarons, der gesalbten Priester, denen man die Hände füllte zum Priesterdienst. Aber Nadab und Abihu starben vor dem Herrn, als sie fremdes Feuer vor den Herrn brachten in der Wüste Sinai. Sie hatten aber keine Söhne und Eleazar und Itamar dienen als Priester vor ihrem Vater Aaron. Wir haben diese Geschichte angeschaut in 3. Mose Kapitel 10 und gelernt, dass selbst dann, wenn wir Priester Gottes sind und in besonderer Weise privilegiert sind, Gott Sünde nicht tolerieren kann. Und egal, welche Position wir haben, welche Vorrechte wir bisher genossen haben, dass wenn wir gegen Gott rebellieren, wir nicht erwarten können, dass er uns segnet, sondern wir letztlich unser Leben verwirken. Und der Herr redete zu Mose und sprach, bringe den Stamm Levi herzu und stelle sie vor Aaron, den Priester, dass sie ihm dienen. Und sie sollen den Dienst für ihn und den Dienst für die ganze Gemeinde versehen vor der Stiftshütte und so die Arbeit für die Wohnung verrichten. Wer für die Gemeinde dient, wer der Gemeinde dient, der dient dem hohen Priester. Wer heute sich einbringt und für die Gemeinde arbeitet, der arbeitet für unseren hohen Priester, Jesus Christus. Und sie sollen alle Geräte und sie sollen alle Geräte der Stiftshütte hüten und was für die Kinder Israel zu besorgen ist und so die Arbeit für die Wohnung verrichten. Und du sollst die Leviten Aaron und seinen Söhnen als Gabe übergeben. Sie sind ihm ganz zu eigen gegeben von Seiten der Kinder Israels. Die Leviten sollten dem Aaron und seinen Söhnen sozusagen gehören. Aber Aaron und seine Söhne sollst du beauftragen, ihren Priesterdienst auszuüben. Wenn sich aber ein fremder naht, so soll er getötet werden. Und der Herr redete zu Mose und sprach, siehe, ich selbst habe die Leviten aus der Mitte der Kinder Israels genommen an Stelle aller Erstgeburt, die den Mutterschoß durchbricht bei den Kindern Israels, sodass die Leviten mir gehören. Die Leviten gehören dem Priester, aber eigentlich gehören sie Gott selbst. Und damit sollte angedeutet werden, dass Gott selbst einmal in der Person von Jesus Christus zum Hohen Priester für sein Volk werden würde. Denn alle Erstgeburt gehört mir. An dem Tag, als ich, da ich alle Erstgeburt im Land Ägypten schlug, habe ich mir alle Erstgeburt in Israel geheiligt. Von den Menschen bis zum Vieh. Bis zum Vieh. Das sind wir gehören, mir dem Herrn. Und der Herr redete zu Mose in der Wüste Sinai und sprach, mustere die Söhne Levis nach ihren Vaterhäusern und sippen alles, was männlich ist, einen Monat alt und darüber sollst du mustern. Die Leviten sollten am Anfang nicht gemustert werden, weil dort die Schlachtordnung Israels, die wehrfähigen Männer bestimmt worden sind. Aber die Leviten sollten keinen Kriegsdienst tun. Sie hatten eine andere Aufgabe und für diese werden sie jetzt gesondert, abgesondert, gemustert. So musterte sie Mose nach dem Befehl des Herrn, wie er es geboten hatte. Und dies sind die Söhne Levis mit ihren Namen, Gerson und Kahat und Merari. Und die Namen der Söhne Gersons nach ihren Sippen sind Libni und Zimei. Die Söhne Kahats nach ihren Sippen sind Amram und Jizra, Hebron und Ussil. Die Söhne Meraris nach ihren Sippen sind Machli und Muschi. Das sind die Söhne, die Sippen Levis nach ihren Vaterhäusern. Von Gerson stammt die Sippe der Libniter und die Sippe der Zimeiter. Das sind die Sippen der Gersoniter, die Zahl ihrer gemusterten männlichen Geschlechts von einem Monat und darüber betrug 7500. Die Sippen der Gersoniter sollen sich hinter der Wohnung gegen Westen lagern. Und der Fürst des Vaterhauses der Gersoniter war Eliasav, der Sohn Laels. Was aber die Söhne Gersons an der Stiftshütte zu besorgen hatten, das war die Wohnung und das Zelt, seine Decke und den Vorhang zum Eingang der Stiftshütte und die Behänge des Vorhofs und den Vorhang zum Eingang des Vorhofs, der rings um die Wohnung und um den Altar her ist. Dazu die Seile und alles, was zu seinem Aufbau gehört. Von Kahat stammt die Sippe der Amramiter, die Sippe der Yitzhariter, die Sippe der Hebroniter und die Sippe der Usieliter. Das sind die Sippen der Kahatiter. Die Zahl aller männlichen Personen von einem Monat und darüber beliebt sich auf 8600, die den Dienst am Heiligtum verrichten sollten. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du für jeden einzelnen von uns eine Aufgabe hast und danke, dass wir wissen dürfen, dass wenn wir uns besonders für das Heiligtum einsetzen und für die Botschaft, die mit dem Heiligtum zu tun hat, dass wir dann eine besondere Aufgabe haben und abgesondert sind, ein besonderes Volk sind für dich. Herr, gib, dass wir uns daran immer erinnern. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.